Eine Woche voller Inspirationen erwartet uns. Es wird aber auch eine sehr tiefgründige Woche. Denn jetzt geht es auf die intensive Sonnenfinsternis am 2. Oktober zu und die aktiviert unser Beziehungskarma. Tiefe Gefühle können jetzt hochkommen und vielleicht begegnen wir sogar Seelenpartnern. Warum das so ist und worauf wir jetzt achten müssen, das schauen wir uns in diesem Beitrag an. Herzlich Willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast mit den Tendenzen für die Woche vom 23. bis 29. September 2024. Wir befinden uns ja in der Finsternissaison und da soll man eigentlich nichts Neues beginnen, aber an Ideen mangelt es uns nicht. Wir haben eine Konstellation der geistigen Höhenflüge, denn Denker Merkur dockt sich jetzt an die große Drachenfigur an, die uns schon seit letzter Woche begleitet. Das heißt, die kreativen und konstruktiven Kräfte und Ideen, die wir jetzt haben, finden auch ihren Ausdruck und regen uns gedanklich an. Deswegen achtet in dieser Woche mal drauf, welche interessanten Informationen und Botschaften sich euch zeigen. Ob durch Leute, die euch jetzt begegnen, auf euren Informationskanälen oder durch Träume und Eingebungen, die ihr aus eurem Inneren erhaltet. Was ihr jetzt erfahrt, enthält wahrscheinlich viele tiefe Wahrheiten und lässt euch wohl auch manche Ereignisse der vergangenen Wochen in einem neuen Licht sehen. Wir befinden uns bereits im Sog der kommenden Sonnenfinsternis am 2. Oktober, die eine außerordentliche Kraft entfalten wird. Ein wichtiger Energiewechsel findet gleich am Montag statt. Dann wandert Liebesgöttin Venus in den tiefschürfenden Skorpion. Das heißt, in unseren Beziehungen zieht uns jetzt das Dunkle, Faszinierende und Geheimnisvolle besonders an und wir sind möglicherweise auch geneigt, uns auf Liebessituationen einzulassen, die zu einer Verstrickung führen könnten. Die Venus im Skorpion ist auch sehr besitzergreifend nach dem Motto, was meins ist, ist meins, was deins ist, ist auch meins und du bist auch meins. Diese Intensität kann zu äußerst leidenschaftlichen und sinnlichen Momenten führen, aber auch die Neigung zur Eifersucht steigt. Genießen kann man das am besten, wenn man eine verlässliche und vertraute Beziehung hat oder findet. Vorsichtig sein solltet ihr, wenn ihr euch jetzt auf was Neues einlasst, wo ihr euch nicht ganz sicher seid, ob ihr der Person wirklich vertrauen könnt. In dem Fall würde ich euch die 90-Tage-Regel ans Herz legen. Drei Monate abwarten, ehe ihr aus Liebe Entscheidungen trefft, die euer Leben verändern. Das betrifft euch vor allem, wenn bei euch im Horoskop die Liebesplaneten Venus und Mars, Gefühlsplanet Mond oder die Sonne in den Zeichen Stier, Löwe oder Wassermann stehen. Am Mittwoch, den 26. September, haben wir den nächsten wichtigen Energiewechsel und diesmal betrifft es unsere geistige und gedankliche Energie. Denkplanet Merkur wandert nun für drei Wochen durch die diplomatische Waage, nachdem er vorher fast zwei Monate mit seiner Rückläufigkeit in der Jungfrau verbracht hat. Das werden wir sicher spüren, auch durch eine anregende geistige Leichtigkeit. Das Denken wird spielerischer und ist mehr beziehungsorientiert. Die gedankliche Energie fördert geistreiche Gespräche, Flirts und gute Kontakte. Wir machen uns nicht mehr so viele Sorgen, sondern denken mehr darüber nach, wie wir uns amüsieren, miteinander feiern oder günstige berufliche Gelegenheiten schaffen könnten. Nicht zuletzt steht Merkur in der Waage auch für strategisches Denken. Das wird ja immer vergessen, dass die Waage, die den Ruf hat, lieb und nett und entzückend zu sein, in Wirklichkeit zu den ehrgeizigen Kardinalzeichen gehört und strategisch und taktisch sehr geschickt vorgehen kann, um etwas zu erreichen. Vor allem im Hinblick darauf, welche Beziehung ihr nützlich ist und welche nicht. Und wenn Merkur als geschickter Sprecher und Verhandler jetzt in der Waage steht und gleichzeitig die Venus im Skorpion heimlich die Strippen zieht, kann ich mir schon vorstellen, dass in der Politik geheime Pläne geschmiedet werden oder neue Strategien ausprobiert werden, wo wir uns dann alle die Augen reiben und uns wundern, was da vor sich geht, wer da plötzlich mit wem koaliert und wer was tut, um einen Vorteil daraus zu ziehen. Auf dem Feld der Diplomatie wird in diesen Wochen garantiert viel los sein und so manche Karten werden neu gemischt. Wir befinden uns ja in dieser Woche bereits im Einflussbereich der Sonnenfinsternis am 2. Oktober und die Zeitqualität ist super dicht und intensiv, was alle Beziehungen angeht, sowohl unsere persönlichen als auch die Beziehungen der Länder der Welt. Wenn wir jetzt Fehler machen, spüren wir das Ergebnis wahrscheinlich sofort. Und auch Fehler der Vergangenheit werden sich rund um die Sonnenfinsternis bemerkbar machen. Wenn das Licht der Sonne wegfällt, ist das eine Gelegenheit, für unsere dunkelsten und verdrängten Gefühle, Ängste und alten Verletzungen hervorzukommen und Aufmerksamkeit zu fordern. Das gilt sowohl für Einzelpersonen als auch für ganze Gemeinschaften oder Staaten. Wir müssen also damit rechnen, dass die bestehenden Konfliktherde der Welt rund um diese Sonnenfinsternis erneut Energie bekommen und darauf drängen, dass ihre Probleme gelöst werden. Am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche wandert der Mond durch den empfindsamen Krebs. Das intensiviert unser Empfinden und lässt unsere eigenen Nöte und Bedürfnisse besonders stark hervortreten. In diesen Tagen könnte sich unser inneres Kind melden und uns auf seine Bedürfnisse aufmerksam machen. Solange es nicht glücklich ist, werden wir Schwierigkeiten haben, eine liebevolle und unbeschwerte Beziehung zu führen. Das zu verstehen ist jetzt super wichtig. Die Sonnenfinsternis bringt nämlich die Chance mit sich, einem Seelenpartner zu begegnen. Wahrscheinlich sogar jemand, den wir aus der Vergangenheit schon kennen oder möglicherweise sogar aus einem vorherigen Leben. Das muss aber nicht unbedingt ein Liebespartner sein. Vielleicht ist es auch ein besonderer Mensch, mit dem wir im Leben eine andere wichtige Aufgabe zu erfüllen haben. Und damit wir das erkennen, ist es essentiell, dass wir unsere Gefühlslage geklärt haben und mit unserem inneren Kind im Reinen sind. Ich habe euch unten in der Videobeschreibung nochmal das geniale Buch von Stefanie Stahl, Das Kind in dir muss Heimat finden, verlinkt. Das kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Das waren die Tendenzen der 39. Kalenderwoche. Mehr zur Sonnenfinsternis schauen wir uns dann im nächsten Wochenhoroskop an und im Oktoberhoroskop erfahrt ihr dann, wie sich die Sonnenfinsternis auf euer Sternzeichen und euren Aszendenten auswirkt. Das Video und der Podcast gehen in diesen Tagen online und wenn ihr meinen Kanal abonniert und das Glöckchen für die Benachrichtigungen aktiviert, werdet ihr informiert, sobald es zur Verfügung steht. Ich wünsche euch eine erkenntnisreiche Woche und alles Gute mit den Sternen!